Wie Jens es schon gesagt hat, Derby hat seine eigenen Gesetze, beide Mannschaften werden hochmotiviert sein, beide oder die jeweiligen Spiele wissen, was da auf dem Spiel steht, dass man das Spiel unbedingt gewinnen möchte. Es ist auch eigentlich egal, wie das Ergebnis davor gewesen ist und beide Mannschaften haben die Qualität auch zu punkten und am Ende wird sich zeigen, wer der Gewinner ist, ob er unbedingt der Bessere ist, das kann man auch noch nicht sagen, aber ich glaube, dass das offen ist und dass man natürlich höllisch aufpassen muss. Beide Mannschaften haben ihre Qualität in der Lage, das Spiel für sich zu entscheiden und so wird das sicherlich dann auch auf dem Platz ausgetragen werden, aber für mich gibt es da jetzt keinen Favoriten.